Also was ich hier besonders mag, ist, dass man hier wirklich wie eine große Familie fühlt. Und man kann sich besser fühlen, als man in einer Familie ist. Und das Gefühl mag ich gerne. Und was ich noch gerne mag in meiner Arbeit, ist, dass ich mich wirklich jeden Tag überrascht fühle. Jeden Tag gibt es etwas Neues und ich muss um das kümmern. Ich muss um meine Bewohner alle kümmern. Und das macht mir wirklich Spaß.